dritte Formel Hallihalua Löhle, zurück zu WoW weiter geht's wir müssen hier zwei Sachen finden vielleicht da oben war da oben nicht nö 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 hier drin, hier drum, hier dran vielleicht hier Koramosch, ja genau ein seltsames Gerät ey, was soll das du Goblin, du, nee Gnome Entschuldigung, das ist ein Gnome die beiden kann man schnell, leicht verwechseln so da fehlt ja noch was Windhändler Mufas Überrüste die brauche ich auch noch Gorsche habe ich ja die gehen wir einmal hier runter wo ist er denn ist er hier oben, oder ist er da unten da ist er doch Windhändler Mufas die 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 geht doch da haben was schnell weg hier ich habe ein Stoßen Arbeit abgeschlossen ja ist eine halbe Stunde her, aber egal noch die Hilfe nein, aber du ja, hast schon mal das Amshi, nein seltsames Gerät geht zur Projektion auf der Sognadel über dem Mond begleiten, um sie zu untersuchen Projektion untersuchen seltsame Quests seltsame Dinge tun sich auf mysteriös auch Müll geht in Frieden müssen wir jetzt da runter, Objekt untersuchen hä äh äh ich bin ja Mondruh, Sternroh ach, Mondrückgärten aktivieren äh okili dokili Mondrückgärten äh 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 Ehhhhhh Komm schon, fähig ja Arbeit abgeschlossen. Diesmal ist gepasst. Und weg. Sturzflug. Kamikaze. Das Licht sei mit euch. Ja, mit dir auch. Noch mal Quest. Steuerungsring des Leilinenfokus. Leilinenfokus. Ich will nicht irgendeine Funktion vom Leilinenfokus am Glimmerstrand zu erhalten. Mein Gott. Steuerungsring. Ja, krieg ich die Steuerungsring her. Ich bin wieder von Monstern. Von Gegnern. Mit Sicherheit. Knight. Und wie geht es? Das ist zu weit entfernt. Nein, du auch nicht. Ich bin außer Reißweite. Wo ist das da? Hm. Hm, hm. Was ist das denn? Da war ja was, genau. Da war ja mal was. Ganz langsam kommen meine Gehirnbindungen wieder zurück. Hm, hm. Hauptmann. Erwin Marlin. Das ist bestimmt in den Regen. Punktlich verbitten. Äh, weil. Schade. Mist. Übersehen. Nein, das Wort mit SCH würde ich nicht sagen. Anzeigen. Das ist ja so. Die. 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 Wie war das denn mal? Das muss ich nicht benutzen? Äh, ich bin dann fast, fast tot. Ah, ich bin jetzt, bin ich tot. Bin ich so schnell wieder? Ach! Ach, Mann! Ich kann aber jetzt sehr schnell wieder. Verdammt schnell. Da bin ich ganz aufgepasst. Ich hätte vergessen, ob man hat mich zu heilen. Vorher schon. Ich kann mir eben gucken. Die muss ich auch jetzt hier benutzen, den Steuerungsring, ne? Ja, ja, genau, genau, genau. Bin ja schon lange nicht mehr gestorben. Falschhahn. Wo Gott, naja, als Geist nicht. Ja, auch noch schöner. Ach, da oben war die wieder. Ja, genau. Ich muss den Ring mit dem Inventar benutzen. Genau. Weil ich zum ersten Mal hier war, da habe ich rumgeflucht, rumgesucht. Ja, da muss ich den Ring diesmal im Inventar benutzen. Sonst wäre ich immer eine entnehmende Quest dabei. Aber nein, diesmal nicht. Ich habe mich beim ersten Mal ein bisschen verwirrt. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich nachher rausgefunden hatte. Wenn ich den Ring im Inventar benutzen muss. Ja, ja. Die ersten Erfahrungen mit WoW. Ja. Geld. Ich habe das Steuerungsamulett, das Linienfokus und verbindet es. Ja, ja. Auf Deutsch. Da ist noch eine Quest. Na, wo ist sie jetzt? Ach du. Was willst du denn? Benutz die Borka der Wanderer und stärkt die mit drei Urtume von Lothalor. Was ist die alles von einem Wollen? Das ist unglaublich. Ja, ist die eins. Urtum von Lothalor gestärkt. Äh. Borka, da bin ich bei, ne? Ne. Keine Borka. Da ist auch Neugass. Das habe ich früher auch nicht. Wenn man einmal gestorben ist. Habe da mal stehen. Ey, ich wollte dich nur... Wollte nur mitreden. Der greift mich einfach an. Oder habe ich versucht, irgendwas zu klauen. Ne Borka. Da ist er ja. Borka der Wanderer. Wollen wahrscheinlich drei Stück, wenn wir. Ja, ein bisschen Kobold. Mein Ansinnen hat ihn verärgert. Mann, 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 Mann. Zweite Borka. Also fehlt nur eine. Eine Borka noch. Da muss ich nur ein Urtum. Ah, jetzt ist ein bisschen verwirrt. Mann, Mann, was ist denn von mir? Oh, jetzt aber. Das hier? Ne. Ah, da sind sie. Ich muss näher ran. Oh. Oh. Nummer eins. Mein Bruderchen. Ja, komm mal her. Da, da, da. Und weg ist er. Und weg ist er. Und da ist er schon weg. Hä? Kann ich ruhig bleiben? Kann ich ruhig bleiben? Diesmal hat er so geklappt. Hm. Ne. Äh, der gar nicht, oder? Er hat das Urtum? Ne. Ist doch Elite. Urtume, wo seid ihr? Na? Na? Ne. Ist ein Borka. Ich bin kein Borka. Tschüss. Könnt's wieder gehen? Ich verärgere dich doch nicht. Da ist einer. Ruhetum von Lothar Lohr. Was mache ich noch zu Ende? Die Quest. Nebel in der Feria. Mittendrin in der Quest aufhören ist immer scheiße, finde ich. Immer mehr blöd. Lieber abschließende Questen fertig. Guck mir, ihr beiden. Ist mir blöd, dass der Schurke keinen richtigen Aue hat. Hat einen kleinen, ja, hier Deutschfächer, hieß er, ne? Deutschfächer. Aber das kannst du vergessen. Das ist ja nix. Nein, das ist blöd. Ja, der Jäger hat ja auch keinen Aue. Den wirklichen. Aber er da... Achso, ein Urtum noch, ja, ein Urtum. Genau, genau, genau. Wo ist einer? Der ist ein Borke. Ein Urtum? Hallo, Urtum. Da ist einer. Ist auch leicht verwirrt. Er fragt sich ein Ausgang bezeichnet, Hashtag, ja. Was soll er schreiben? An wen soll er was schreiben? Kannst schon mal leicht verwirren. Wobei die E-Mail-Adresse noch mal... Hm? Ja. Du bist auch ihm geheilt. Sack. Und... Ab dafür. Du bist auch ein Urtum. Mein Schmiedermahnerwürmer. Rakanwürmer. Sie sind doch sehr hartnäckig, ey. Ach, der Urtum bedankt sich auch noch. Ach, was schön. Hat er eh mal das Adresse wieder gefunden? Ach, der Urtum. 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 Und du... Eben zurückfliegen. Ja, überziehen wir leicht. Mein Gott. Ich will ja zwischen 15 und 20 Minuten bleiben. Also eigentlich nicht länger als 20 Minuten. Das ist so das absolute Maximum. Was ich machen wollte, äh... Möchte. Ist er da noch? Ach so! Lelienfokus. Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Oh, ich krieg noch rein in die Quest. Die ist halt auffällig. So, komm, hau rein. Die Zeit haben wir auch noch eben. Äh, was bräuchte ich da für'n Teil? Ne, hier, ne? Nein. 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 Äh? Äh? Ach, muss ich nur hingehen, oder was? Ich muss da unten einen Gegenstand bei haben. Wollen wir nicht. Oder haben die Hexer an irgendwas bei? Da muss ich doch aufhören, wenn sie nicht bei hat. Ne, da muss ich aufhören. Machen wir in der nächsten Folge. Ganz in Ruhe, weiter. Ganz entspannt. Ich sag's ja mal. Bis zur nächsten Folge von Wege. ... ...